Wenn es um Frischprodukte geht, ist GOP besonders kritisch. Nur was ja durchgeheckt und geflaggt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgfältig gepflückt worden ist, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufsstellen. Dass Sie morgen bei GOP kaufen können, was heute geerntet wird. Die schnittfesten Tomaten zum Beispiel gibt es bei GOP jetzt zum Aktionspreis. Das Kilo für nur 2,40. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP 5 kg Biancomat-Volwäschmittel 3 Franken günstiger für nur 9,90. Zwei Rollen Chocoli Ulve für nur 4,20. Und 100g Emmentaler 1A oder Spezial offen oder Vakuum verpackt für nur 1,45. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei GOP Charanté Melonen aus Frankreich. Das Stück für nur 1,70. Auf Wiedersehen! Das Stück für nur 1,70. 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 Untertitelung des ZDF, 2020